moin leute was geht und herzlich willkommen zu einem weiteren schlotz konflikt video auf meinem kanal ja um wen soll es denn heute gehen heute geht es um die gute athene ja was soll ich dazu sagen wir gehen wie immer rein es wackelt voll wir gehen wie immer rein ich stelle ich den helden vor das heißt fähigkeit wappen talent und dann geben wir ein ja athene marschallach ritual des lichts über die dauer von fünf sekunden in zielen im werkbereich alle 0,2 sekunden jeweils 110 prozent angriff schaden zu erhöht die angriff geschwindigkeit sieben verbündeter helden sechs sekunden lang um 65 prozent und gewährt diesen jeweils 55 energie abfingzeit sechs sekunden athene ist immun gegen verstumm und effekte der fähigkeit unheil und aries das war es auch schon also ich kann nicht scrollen ja überleben stellt wenn angekommen lp um 2000 prozent angriff wieder her und ist drei sekunden lang immun gegen eingehenden schaden abklingzeit sieben sekunden hier habe ich momentan vampir gerade drin erhält angriff um 93 prozent und angriffsgeschwindigkeit 47 prozent stellt lp in höhe von 78 prozent angriff wieder her jedes mal wenn dieser held ein grundangriff ausführt euro faktor wir probieren sie unsterblich zu machen lustig drauf marschallach 5 macht die könnte ich jetzt auch inzwischen höher gehen aber das jetzt einfach mal nicht genau wir geben wir immer das sind die team dungeons also athene an sich bin ich habe ich früher ein bisschen krasse muss ich gestehen weiß aber nicht woran es liegt ich bin sie mega alleine wenn jetzt der brock kommt man sieht das ist alles nach und nach um egal ob es will oder nicht ich mir antrieb auch gut vorstellen können damit die range einfach höher ist ja athene op was wirklich ja athene finde ich saustark ist ein saustarker charakter meiner meinung nach aber ist nicht ganzen reizvollen namen von bestimmten charakteren die ganzen drachen die klingen halt richtig will der lawanika dynamika elektriker leitonika es klingt ein viel verlockender als athene wie schnell dieses geklärt das bild einfach nur mächtig in den ganzen check machen jetzt ja nun wirklich einiges vor sich nicht sagt das wird sie nicht weil wir sehen wenn wir das jetzt alles laufen lassen würden wo sie kommt zum brocken und da ist sie gestorben beendet guck runter tot immerhin 20 prozent alleine vom master dungeon 3 also wenn wir jetzt hier raus geben würden experten dungeon wir können ja mal die creme de la creme gucken zu starten ja ich weiß gar nicht ob sie es machen würde das ist halt böse ja aber wir sehen die dicken hat sich trotzdem übelst runtergerotzt 40 prozent einhält warum nicht genau eigentlich mächtig da werde ich auf jeden fall die die fähigkeit noch mal noch mal hochschrauben direkt sie ja easy weg ist gar kein problem das ist jetzt die frage wie gut kommt sie jetzt zum trock wenn phobos und latsalix sie quasi blockieren ja war ein bisschen war ein bisschen unlucky ein so ein ivan drako der carried alles total ich muss niesen dann gucken wir mal hier also brock und trotzdem alles kaputt schade ob es genimmt vom ding her wie gesagt sehr stark manchmal habe ich das gefühl ein bisschen unausgereift kann natürlich auch an meinem bild liegen aber ich finde sie eigentlich so wie topi schmacko gut wenn euch das video zur athene gefallen hat lasst mir gerne ein like und ein abo da wir sehen uns dann beim nächsten schloss konflikt video bis zum nächsten mal leute bis zum nächsten mal